Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir sind nochmal zurück bei Elementarexperte Reihe 2 und dem Zirkus des Suprasprosses. Zehnmalig besiege vier Gegner mit der Reaktion Supraspross innerhalb von zwei Sekunden. Ja, mein altes Video dazu von meinem alten Kanal oder von meinem anderen Kanal ist ein bisschen veraltet und die Taktik, die ich da benutzt habe, ich habe es jetzt selber nochmal geretriet. Ich habe es tatsächlich geschafft, es nochmal zu bekommen, aber es ist echt schwierig. Und ich habe jetzt etwas gefunden, was leider nicht Free-to-Play ist, aber was eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und ja, also viele Leute empfehlen, in den gebundenen Abgrund zu gehen. Zugegebenermaßen, es ist das Klügste, was man machen kann. Und was ihr dann macht, ist, ihr geht in Ebene 1, Raum 1 und wichtig hierbei ist halt, alle eure Charakter müssen nackt sein, vor allem, wenn sie hochgelevelt sind. Wenn sie nicht hochgelevelt sind, dann nicht unbedingt. Aber wenn ihr, wie ich, alles eigentlich auf Level 90 oder mindestens 80 habt, dann müssen die nackt sein. Keine Waffe, keine Artefakte, wirklich komplett nackig, mehr oder weniger. Das geht sonst nicht. Ja, und das ist das Team, das wir benutzen. Und die Combo ist eigentlich relativ simpel. Wir benutzen Kokumis E, dann Sakharoses Q, also Spezialfähigkeit, und dann Koller-Spezialfähigkeit, wir stehen einfach in der Mitte und warten drauf, dass die ganzen Gegner einfach sterben. Und so hat es jetzt bei mir zweimal innerhalb von relativ kurzer Zeit funktioniert und ich will jetzt zusammen mit euch die letzten vier, die mir noch fehlen, bekommen. Ihr werdet wahrscheinlich maximal eins pro Run bekommen. Das heißt, ihr müsst es mindestens zehnmal machen, eventuell öfter. Also, zack, zack. Ihr drückt quasi einfach nur drei Sachen, dann steht ihr hier in der Mitte und wartet. Und ja, ihr seht hier schon, Superspros, Superspros, Superspros. Genau, irgendwann kommen keine Gegner mehr. Das ist der Punkt, wo wir neu starten. Ich kann nicht garantieren, dass es in jedem Run auf jeden Fall klappt, aber wie gesagt, bei mir ist es, sonst will ich das Video nicht machen, zweimal relativ schnell geklappt. Also ich denke, das war kein Zufall, oder ich hoffe, es war kein Zufall. Genau, aber ich glaube, da sind jetzt die Fähigkeiten ein bisschen fehl platziert tatsächlich. Ja, das war jetzt nicht so schön platziert. Das Problem ist halt, das ist das Nervigste. In der Sphäre selber kann man nicht gucken, ob es geklappt hat oder nicht. Ihr müsst immer rausgehen und dann könnt ihr erst den Fortschritt sehen. Also außer ihr macht es halt zehnmal und kriegt dann das Achievement oder so. Dann wisst ihr es natürlich. Oder beim ersten Mal kriegt man sofort das Achievement. Aber wenn man nicht rausgeht, dann erfährt man quasi nie, hat es jetzt geklappt oder nicht. Ähm, in solchen Fällen einfach ein paar Mal probieren und dann geht man halt nach ein paar Trides raus oder so. Ist echt, äh, ja. Was zieht sich bei dieser Achievement? Oh, und dann haben wir es bekommen tatsächlich. War das schon viermal? Crazy. Ja, also diese Taktik funktioniert wirklich insane gut. Ähm, ich muss leider wieder rausgehen, weil ich kann euch jetzt nicht mal zeigen, wie meine Charakter ausgrößt sind, aber ich habe es ja eh schon gesagt. Ähm, also das funktioniert wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also das ist bisher das, was wirklich am besten funktioniert hat. Und, ähm, ja. Solltet ihr jetzt keine Kokomi... Gut, Sakarose hat, glaube ich, jeder. Ich, ist die nicht... Kriegt die jeder? Ne, ich glaube tatsächlich nicht. Egal. Koller hat auf jeden Fall jeder. Ähm, Kokomi und Sakarose könnt ihr theoretisch austauschen durch zum Beispiel Barbara und Anemo Reisender oder so. Ähm, oder eigentlich jeden x-beliebigen anderen Anemo-Charakter, der sowas ähnliches kann. Kasuar theoretisch. Venti. Banderer vielleicht sogar. Also, gibt auf jeden Fall mehrere Optionen dafür. Letztendlich muss er die Fähigkeit von dem Charakter alle Gegner permanent ranpolen. oder zumindest, ja, ja, oder zumindest Verwibbelungen. Naja, muss eigentlich schon ranpolen. Also, ja. Probably Venti ist wahrscheinlich der einzige andere Charakter, der das wirklich sehr gut kann. Ja, Sakarose ist da schon wirklich gut. Aber ich meine, sie ist vier Sterne. Also, relativ einfach zu bekommen. Die sollten die meisten Leute eigentlich haben. Und ja, aber statt Kokomi könnt ihr theoretisch auch Barbara benutzen, weil es damit bestimmt schwieriger wird. Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Aber ihr habt es gerade gesehen. Es ging ziemlich schnell, ziemlich einfach. Also, das, ja, waren legit vier Versuche. Wir haben es viermal bekommen. Also, vier von vier, 100% Success in vier Versuchen. Und das ist schon ziemlich gut. Genau, und damit habe ich jetzt endlich dieses Namenskärtchen auch freigeschaltet. Es ist absurd, wie schwierig das war. Und ihr könnt euch gar nicht mal der Freude vorstellen, dass es bis heute keine Elementarexperte-Reihe 3 gibt. Also, sie wird irgendwann kommen. Und wir werden uns alle dann hassen an dem Tag. Genau. Und ja, nochmal zu den Charactern, wie gesagt. Also, die sind jetzt nicht in dem Team. RIP, das ist das andere Team, habe ich vorher ausprobiert. Das hat nicht so gut funktioniert. Also, Kolai, Level 90. Keine Waffe oder die Standardwaffe. Keine Artefakte. Und, gut, Sternbild habe ich tatsächlich auch nur einmal auf ihr. Und Talente sind so Medium. Dann Kokomi. Talente sind, ja, gut. Beziehungsweise zählt ja nur die E. Keine Artefakte. Keine Waffe. Und Saccharose ist hier. Keine Waffe. Keine Artefakte. Sternbild ist sogar C6. Also, ja. Trotzdem, wie gesagt, hier, so hat es ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Genau. Und damit sage ich, danke euch für das Zuschauen. Zwei Videos, die ich quasi nochmal neu aufgebereitet habe. Jetzt zwei alte Errungenschaften, die ich eigentlich schon mal gemacht hatte. Mit neuen Teams. Hoffentlich kann ich damit jetzt noch ein paar Leuten weiterhelfen. Und ja, danke euch für das Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.